Beatrice Egli, die Schweizer Powerfrau, die, fast, alles kann Wer an Beatrice Egli denkt, sieht sofort ihr strahlendes Lächeln vor sich Die Schweizerin hat sich in den letzten Jahren als wahres Multitalent entpuppt Aber gibt es überhaupt etwas, das sie nicht kann? Werfen wir einen Augenzwinkern den Blick auf die Karriere der blonden Powerfrau Beatrice Egli, von der DSDS-Bühne zum Schlager-Olymp Erinnern wir uns, 2013 eroberte Beatrice die Herzen der Zuschauer bei Deutschland sucht den Superstar Seitdem hat sie eine steile Karriere hingelegt Ihre Alben landen regelmäßig auf Platz 1 der Charts, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und Österreich Da fragt man sich, kann die Frau etwa zaubern? Moderation? Kein Problem für Beatrice Als wäre der Erfolg als Sängerin nicht genug, mischt Beatrice auch als Moderatorin kräftig mit Ob bei der Beatrice Egli-Show oder als Gastmoderatorin bei den Festen mit Florian Silbereisen Die Blondine führt charmant und souverän durchs Programm Langeweile? Fehlanzeige Was Beatrice Egli, angeblich, nicht kann Nach all diesen Erfolgen fragen wir uns, gibt es überhaupt etwas, das Beatrice Egli nicht kann? Nun, vielleicht das Still sitzen bleiben, Energie hat sie einfach zu viel Schlecht gelaunt sein, ihr Lächeln scheint ja permanent eingeschaltet zu sein Untalentiert sein, sorry, aber dafür ist sie einfach zu gut in allem, was sie anpackt Die versteckte Trumpfkarte, Schauspielerei Moment mal, da war doch noch was Richtig, 2011 absolvierte Beatrice eine Schauspielausbildung in Hamburg Also fehlt ihr wohl nicht mal das schauspielerische Talent Hat sie etwa einen geheimen Pakt mit dem Showbusiness-Gott geschlossen? Ob als Sängerin, Moderatorin oder potenzielle Schauspielerin, Beatrice Egli scheint das Talent zum Erfolg in die Wiegel gelegt bekommen zu haben Ihre positive Ausstrahlung und ihr Durchhaltevermögen machen sie zu einer Künstlerin, die das Publikum immer wieder aufs Neue begeistert Was Beatrice Egli nicht kann Vielleicht sich selbst klonen, aber wer weiß, vielleicht arbeitet sie ja schon daran Ich hab nicht frequency is, wir sehen uns beimfundedten Morgen Und dann kann ich mich auch nicht optimieren, wenn ich im Vorstand des Herdes expresauveille und wobei weiß, was dies errscht? Ich versuche sie schon mal gerade das Zeugel DISoure